Punkt 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern. Schöne Worte, doch sie führen in totale Kontrolle und Anordnung von außen, denn Die Gewaltmonopole werden ausgeweitet, um den Völkern dieser Erde destruktive und künstliche Gesellschaftskonzepte mit Gewalt und Erpressung aufzuzwingen. Dies wird zu Flucht und Bürgerkriegen führen. Traditionen und jegliche Individualität der Völker werden unterbunden, damit eine einheitliche Weltgesellschaft entstehen kann. Historische Denkmäler und Kunstwerke werden aus der Öffentlichkeit verschwinden. Auch wird eine Weltreligion forciert, bei der die Menschen sich satanischen Praktiken unterwerfen sollen. Verpflichtende Vermischungen der Rassen werden durchgesetzt, um den Ethnien jede Individualität langfristig wegzuzüchten. Mischehen werden durch Punkte und höherem gesellschaftlichen Status belohnt. Der einzelne Mensch soll nicht mehr auf sein kulturelles Fundament zurückgreifen können. Um die Verwirrung zu maximieren, werden Roboter mit künstlicher Intelligenz sowie künstlich erschaffene Geschlechtervarianten gesellschaftlich gleichgestellt und gefördert. Unter dem Vorwand des Kindeswohls wird es den aufgeführten Organen ermöglicht, regierungskritischen Familien die Kinder leichter entziehen zu können. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Es ist an uns, als gesamte Menschheit dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und zwar, bevor es zu spät ist.